Hallo und herzlich willkommen! Maverick hier mit einem neuen Tutorial zum Thema Propeller Heads Reason. Heute geht es um eine User-Frage, die mich immer und immer wieder erreicht, und zwar mit der Fragestellung, wie es denn möglich ist, alte Reason-Projekte, also sprich bis die Version 6 kam, fit für den SSL-Mischer zu machen. In der Regel war es ja eine lange Zeit so, dass wir entweder diesen 14 zu 2 oder den 6 zu 2 Line-Mixer benutzt haben als zentrale Anlaufstelle zum Mischen in Reason. Mittlerweile ist ja seit der Version 6 der SSL 9000 virtuell integriert worden und in den sollen jetzt einfach mal unsere beispielhaften Instrumente, die ich hier vorbereitet habe, fließen. Das einzige, was ihr an dieser Stelle tun müsst, um jetzt das Projekt für eine neuere Version fit zu machen, wenn ihr jetzt zum Beispiel gerade geupdatet habt oder so, ist den Mischer oder die Mischer eurer Projekte zu entfernen. Anschließend werdet ihr nichts weiter tun müssen, als die ganzen Devices zu markieren und dann klickt ihr einmal mit der rechten Maustaste auf eine freie Fläche und wählt den Menüpunkt Gerätesignalweg automatisch erstellen aus. Jetzt bekommt jedes Instrument seinen eigenen Kanalzug und den können wir jetzt hier im SSL-Mischer auch sehen. So einfach ist das, so einfach macht ihr eure alten Reason-Projekte fit für eine neuere Reason-Version und so bekommt ihr dann eben eure Instrumente eins zu eins in den SSL überführt. Alles klar? Ganz kurzes Tutorial heute mal. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Alles klar. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Bleibt sauber. Euer Maverick. Dann geht es mir vorhin. Ich glaube, ihr euch type es mir lebe. Und dann geht es mir – das nächste Mal. Untertitelung des ZDF, 2020